Herzlich Willkommen in Studio 2. Ich weiß nicht, wo du noch richtig isst. Was ist das? Ein Haufen Fleisch mit Zürich und Knoblauch. Also alles, was man übergünstigt hat. Nein, ich meine nicht, wer du bist, sondern was in der Pfanne isst. Du kannst nicht sagen. Du musst an deinem fetten Körper vorbeigucken, weil ich muss sehen, wo die 1 ist. Deswegen habe ich mich verspielt. Aber ansonsten war es doch super geil. Nein. Und du wolltest Studiomusiker ins Studio holen. Will, guck mal. So fühlt man ein Kreuzwort Rätsel aus. Mit schönen Buchstaben. Du musst es zart und feinfügig behandeln. Stege. Nur der Kleingeist hält Orte. Das Genie überwicht das Chaos. Aber hey, den nehmen wir doch Gliedi, oder? Wir schauen uns gerade. Wir lassen uns in Ruhe. Wir lassen uns in Ruhe. Wir lassen uns in Ruhe. Noch mal. Wir lassen uns in Ruhe. Wir lassen uns in Ruhe. Das ist ein kleines Naturschauspiel. Wir nehmen gerade den ganzen Tag Gitarre auf. Bill hat gerade schön die Festspeisten. Ich glaube, er genehmigt sich jetzt gerade einen Nachtisch. Traurig und allein. Ich bin gut. Ich entscheide dich für eine Krawatte. Hm. Aber die Auswahl ist so groß. Nee, das ist gut. Nee, das ist gut. Ich bin da eigentlich. Ich weiß nicht, das ist einfach nur... Ich bin da nicht so großartig. Ich bin da nicht so großartig. Es ist. Ich muss einfach direkt... Genau. Direkt rein. Es ist